und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus heute mal wieder mit einem set von kobe und zwar der 2415 330 teile eine minifigur und es handelt sich um die au1 corsair ein flugzeug das vor allem im koreakrieg als unterstützungsflugzeug genutzt wurde und dementsprechend auch hier in der historical collection korean war reihe gelistet ist ich finde ja ein sehr sehr einzigartiges flugzeug design hat das vorbild und ich bin gespannt ob das kobe hier an neons so gut umsetzen konnte die gestaltung der front finde ich schon mal sehr sehr schön im hintergrund die tiefenunschärfe dieses verschwommene und noch mehrere andere flugzeuge in einer kampfszene da wurde sich auf jeden fall in der gestaltung mühe gegeben und ist viel viel schöner als so mancher komplett schwarzer karton wie es doch jetzt einige hersteller machen wenn wir uns die verpackung weiter anschauen haben wir auf der oberseite nichts spannendes mehr außer die mehr informationen durch den scan und noch einmal das set abgebildet auf der linken seite haben wir den navy pilot nochmal in einer 1 zu 1 abbildung abgebildet und wir finden hier die maße und zwar wird das flugzeug am ende 27 cm lang mit der flügelspannweite knapp 33,5 cm breit und 12 cm hoch und auch auf der rechten seite sehen wir nochmal wichtige informationen und zwar haben wir hier einmal die northrop agrummen lizenz noch einmal abgebildet wir haben natürlich die info dass das ganze in polen hergestellt wurde und auch die info dass es ein set aus 2021 ist aber es wird immer noch weiterhin verkauft das ganze ist pad printed auf der rückseite sehen wir dann noch einmal ein paar detail aufnahmen von dem set unter anderem kann man hier die flügel hochklappen wie beim original das wäre mir auch wichtig gewesen und wir haben noch andere kleinere funktionen die wir uns dann aber natürlich am gebauten set anschauen werden wir haben auch noch ein historisches abbild vom vorbild und noch einmal ein paar historische fakten und infos zum vorbild das könnt ihr euch wie immer gern durchlesen wenn euch das näher interessiert ich würde aber sagen wir verlieren gar keine zeit und ich mache die box jetzt auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an hier haben wir schon mal die steine tüten wir sehen auf den ersten blick wieder viele bedruckte teile da freue ich mich schon sehr drauf und wir haben keine bauabschnittsunterteilung werden wir aber bei einem set dieser größe auch nicht unbedingt brauchen über die steinequalität reden wir natürlich wie immer wenn wir auch wirklich etwas gebaut haben und etwas dazu sagen können große sorgen mache ich mir bei kobi da aber eigentlich nicht und dann haben wir natürlich noch die anleitung die echt sehr sehr groß ist für so ein kleines set sie ist klammer gebunden wir haben eine wirklich sehr schöne papier und auch eine ordentliche druckqualität auch die fakten haben wir vorhin noch mal abgebildet wie gesagt könnt ihr euch gerne durchlesen indem ihr das video anhaltet kopitypisch wird alles ausgegraute was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt und wir haben insgesamt 60 bauschritte bis das flugzeug fertig ist hier passiert also doch schon etwas pro bauschritt und auch eine teile liste haben wir auch hier viele schöne bedruckte teile ich freue mich wirklich schon sehr auf den bau und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns nach den ersten wichtigen bauschritten wieder 22 bauschritte sind geschafft und bisher habe ich wirklich sehr sehr viel spaß damit ich finde die farb war in diesem dunkelblau sehr sehr gut das wirkt einfach klasse auf dem flugzeug und wie immer sind natürlich die prints von kobi einfach beeindruckend schaut euch mal diese zwei prints an mit dem marines schriftzug die sind unabhängig voneinander gebaut und obwohl es sich um zwei einzelne teile handelt ist der schriftzug absolut perfekt wir haben kaum einen versatz also das bekommt man kaum besser hin auch hinten haben wir wieder zwei schöne prints an diesem kobi typischen formteil und hier an den flügel ansätzen gibt es auch noch mal zwei unscheinbare prints aber die sind alle in einer tollen qualität generell die steinequalität ist auch super sie lassen sich sehr angenehm verbauen wir haben tolle glänzende teile leichte kratzer auf der einen oder anderen fliese das lässt sich manchmal sehr schwierig vermeiden aber sie sind nicht matt sie sind wirklich hochglänzend wir haben zwar offensichtliche angusspunkte das ist das typische kobi problem diese kann man aber meistens verstecken und weil kobi ja so viele verschiedene slopes und teilarten hat die andere hersteller nicht unbedingt verwenden haben wir hier auch ein stimmiges und geschlossenes bild bisher und deshalb macht es wie gesagt bis hierhin auch sehr viel spaß ich hoffe das bleibt so und wir sehen uns gleich mit dem fertigen flugzeug wieder und fertig ist damit die kobi au 1 corsair die set nummer 2415 es ist natürlich noch der stand dabei den gucken wir uns auch gleich noch zusammen an aber erstmal wollte ich das flugzeug so ohne stand zeigen denn es kann auch wunderbar stehen denn es ist natürlich wie wir das von kobi kennen auch wieder ein fahrwerk dabei wir haben wirklich eine tolle steinequalität das habe ich im zwischenbauschritt schon gesagt und das hat sich genauso bestätigt und wir haben eine wirklich tolle print qualität was natürlich für gerade für die menge an prints sehr beachtlich ist aber trotzdem haben wir auch eine stelle die nicht so perfekt gelungen ist wie die anderen stellen das sind diese stellen hier bei dem wir den pfeil nach vorn führen der ist leider auf beiden seiten nicht hundertprozentig gerade hier auf der seite ist der versatz noch einmal schlimmer als auf der anderen seite hier wäre noch ein wenig spielraum nach oben dafür sind aber alle anderen prints wirklich perfekt obwohl sie über mehrere steine gehen da kann ich diesen kleinen ausrutscher hier verzeihen weil die qualität und deckkraft der prints von weiß auf einem dunklen blau hier wirklich bemerkenswert ist hier wurde sich sehr viel mühe gegeben dann haben wir wie immer von den propeller angedeutet dass ich natürlich auch drehen kann wir haben hier wieder zwei bewegliche teile das sind auch die kobi typischen formteile und wir können das fahrwerk einmal ausfahren damit wir landen können und es auch steht und wir können es in flugposition auch spielend leicht einfahren super einfach gebaut das wird hier wirklich einfach nur in die c klem reingesteckt aber funktioniert hervorragend rastet ein und wackelt dann auch nicht herum wir haben die bomben für die maschine typisch unten an der maschine angebracht und die bewaffnung sticht natürlich bei diesem set hier sehr heraus was aber auch eine bemerkenswerte optik nach sich zieht weil eben auch hier wieder an den wichtigen stellen auf formteile gesetzt wurde zum plattsparen transport konnte beim vorbild und natürlich auch bei der kobi variante beide flügel nach oben geklappt werden und die rasten dann auch wieder schön ein wenn man sie nach unten klappt und hier muss man mal wieder sagen kobi hat das einfach super stabil gebaut da geht gar nichts schief und man muss sich bis auf die bewaffnung keine gedanken machen wo man das flugzeug anfasst hier ist alles stabil egal wo man es hochhebt man könnte es sogar nur am flügel hochheben auch das hält es aus nur bei der bewaffnung wäre es so dass man natürlich die bewaffnung die auf zwei noppen nur hängt abziehen würde das ist ja aber irgendwo denke ich selbstverständlich optisch haben sie die au 1 corsair wirklich sehr sehr schön dargestellt das kommt sehr nah an das original ran und ist auch für den relativ kleinen maßstab eine sehr sehr gute leistung und dann haben wir natürlich noch die figur dabei die figur wird im cockpit direkt mit einer atemmaske und einem sauerstoff schlauch dargestellt wenn wir sie rausnehmen müssen wir das natürlich hier abnehmen und dann haben wir die figur mit ihrer atemmaske eine typische kobi figur die einen mögen sie die anderen nicht ich finde sie ja durchaus gelungen aber es ist auch wieder nur die brust bedruckt weder die arme noch die beine noch der rücken sind bedruckt und das gehört für mich eher zu der sparte okay die figur ist dabei sie sieht im cockpit auch gut aus aber mehr auch nicht die idee mit der maske und dem sauerstoff schlauch finde ich aber sehr gut so passt die figur auch ins cockpit und die cockpit scheibe ist wohl die einzige kritik die ich an diesem set so wirklich habe und das ist dass die scheiben relativ milchig sind das hat man natürlich schon viel viel schlechter gesehen aber sie sind nicht so schön durchsichtig wie es sein könnte und selbst das ist schon kritik auf einem sehr sehr hohen niveau und das zeigt schon dass es an diesem set meiner meinung nach wirklich nichts zu meckern gibt jetzt haben wir das flugzeug auch noch mal auf seinem stand das ist der typische kobe stand von flugzeugen in dieser größe und so sieht die korsair wirklich wunder wunderschön auf dem stand aus man kann sie sehr gut im regal trappieren und dieses flugzeug reiht sich bei mir in die reihe von flugzeugen eigentlich von kobe schon gebaut habe und die mir alle sehr sehr gut gefallen haben und man kann dieses flugzeug für um die 30 euro erwerben wenn man nur die teile anzahl sieht ist das natürlich ein happiger preis man muss aber die qualität der teile sehen man muss sehen wie viele formteile hierfür benutzt werden damit es so gut aussieht und man muss sich überlegen wie viele prints alleine in diesem flugzeug sind und welche qualität diese prints haben und dann ist der preis schon wieder sehr relativiert und auf jeden fall sein geld wert wenn man auf das vorbild steht und sich das in die vitrine stellen möchte ein spielset ist es logischerweise nicht von mir gibt es auf jeden fall für dieses set mal wieder eine klare kaufempfehlung wenn ihr dieses set selbst sitzt dann schreibt doch gerne eure meinung dazu in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abodaumen zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag 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 ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag